My Life as Inukai Sunstock erscheint auf Disc, das Smartphone-Spiel Code Geest Lost Stories erscheint im Westen und viele weitere Themen erwarten euch heute. Mein Name ist Stefan und das hier sind die Otaku-News. Los geht's! Peppermint Anime stellte am vergangenen Mittwoch das Verpackungsdesign des Disc-Releases der Edgy Comedy-Serie Onimai ab sofort Schwester vor. Das erste der zwei Blu-ray-Volumes ist für den 8. Dezember geplant, während das finale zweite Volume derzeit für den Februar nächsten Jahres angedacht ist. Beide Volumes enthalten je sechs Folgen der Serie mit dem unsensierten japanischen Bild- und Tonmaterial, natürlich auch mit deutscher Synchronisation, als Extra gibt es das Clean Opening und Ending. Wer die Serie bis zum 27. September 14.59 Uhr im Markieber Paar Shop vorbestellt, hat zudem die Möglichkeit garantiert, den Shop-exklusiven Sammelschuber sowie zu jedem Volume ein Goodie zu erhalten. Danach beginnt die klassische Vorverkaufsphase, in der der Sammelschuber und Goodies nur noch solange der Vorort reicht verfolgbar sind und jederzeit ausverkauft sein könnten. Zudem gab Peppermint Anime bekannt, dass man die Edgy-Serie My Life is Inukai Sunstock als Komplettbox auf Blu-ray veröffentlichen wird. Der Anime erscheint voraussichtlich am 8. Dezember als Digi-Pack-Komplettbox mit einer Plastik-O-Card, welche beim Abziehen freizügige Einblicke gewährt. Die Blu-ray enthält alle zwölf Episoden der Serie sowie beide OVE-Episoden in der unsensierten Fassung mit deutscher Synchronisation sowie im Originalton mit deutschen Untertiteln. Der Anime ist ab sofort im Rahmen eines Early-Bird-Vorverkaufes im Markieber Paar Shop vorbestellbar. Dort kann das Produkt bis zum 11. Oktober 14.59 Uhr mit 5% Rabatt erworben werden. Käufer erhalten darüber hinaus ein garantiertes Goodie als Extra. Auf dem Twitter-Account der Anime-Adoption von I'm in Love with the Valence wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, welcher den Endingsong des Yuri-Anime entüllte. Der Titel des Stückes lautet OC Optimum Combination und wird für den beiden Synchronsprecherinnen der beiden Protagonistinnen Rea, also Yu Serizawa, und Claire, sprich Karin Nanami, gesungen. Grunchul zeigt die Serie ab dem 2. Oktober im SimoCast. Der Anime, welcher die gleichnamige Original-Light-Novel-Reihe von Inoui, die seit Dezember 2021 mit Illustrationen von Hanagata im japanischen Handel veröffentlicht wird, adaptiert, entsteht unter der Leitung von Regisseur Hideaki Oba im Studio Platinum Visions. Ayumu Hisao übernimmt die Serienkomposition, während Yuko Sato für das Charakterdesign verantwortlich ist. Eine Manga-Umsetzung aus der Feder von Sumio Aono erscheint hierzulande beim Manga-Kult mit deutscher Übersetzung. Banda Namco Filmworks gab am Mittwoch bekannt, dass das Spielcode Geest Lost Stories für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht wurde. Das Unternehmen veröffentlichte hierzu auch einen Trailer und ein Video mit Nachrichten der Sprecher von Cici, Lelouch, Kellen und dem Originalcharakter Anon gesprochen von Manaka Iwami. Das Spiel wurde bereits im Mai letzten Jahres sowohl für Smartphones als auch für den PC über den Gameplayer veröffentlicht. Das Spiel ist kostenlos spielbar, optional sind aber In-Game-Käufe möglich. Die MM Games hatte im November 2021 bekannt gegeben, den Entwicklungsprozess des Spiels mit VF4Samurai als Entwickler neu zu starten. Das Spiel bildet eine neue Geschichte mit vollständiger Sprachausgabe. Das Action-Rollenspiel sollte ursprünglich im Winter 2018 als PC-Browser-Game starten, wurde damit aber ohne Datum gelistet. Die Rock Band Flow spielt den Titelsong des Spiels Pelendium. Eine deutsche Version gibt es zwar nicht, dafür wurde das Spiel aber wenigstens auf Englisch übersetzt. Das war unsere Otaku-News-Ausgabe für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Daumen nach oben, Kommentar in die Kommentare und ein Abo wäre ebenfalls cool. Drückt die Glocke und stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne noch auf unserem Discord-Server besuchen, uns per Paypal, Patreon oder einer YouTube-Mitgliedschaft unterstützen, kostet auch nicht viel. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Oder ganz einfach, ihr teilt das Video und empfehlt uns euren Freunden weiter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao! ... Untertitelung des ZDF, 2020